Heutiges Thema heißt Ungeöffnetes Geschenk. Also hat es schon bekommen, hat es schon explodiert, oder? Der Heilige Geist hat mir das Thema gegeben. Manchmal reicht nur ein Wort. Im Thema gibt es ein Thema. Amen, Familie. Ihr könnt das bestätigen, aber ich predige heute. Das ist die letzte Predigt von diesem Jahr. Ungeöffnetes Geschenk. Vielleicht bekommt ihr schon jetzt was, Familie. Ich habe gemerkt, ein interessantes Moment in der Gemeinde, dass viele Menschen bekommen in einem Gebiet alles, Freiheit, Heilung, Berufen, aber auf der anderen Seite gehen viele ihr Leben lang in die Kirche und bekommen nichts. Ein Nonsens. So etwas kann nicht sein in Jesus Christus Gemeinde. Und die Menschen laufen von einer Gemeinde zur anderen. Laufen zu den Gesalbten. Die wissen gar nicht mehr, wer für die gebetet hat und was schon alles freigegeben, gesprochen wurde für die. Aber warum? Ich möchte dir sagen, du brauchst, du musst die Probleme für sich lösen. Wer ist hier, der Probleme hat und möchte sie lösen? Hib einfach die Hand, kein Problem. Ich hebe zwei meine Arme und sogar Füße. Ich habe auch Probleme. Ich möchte meine Probleme lösen. Aber Jesus sagt, hört mal zu, öffne dein Geschenk. Und der Heilige Geist sagt mir, genau da, der Jesus ist das ungeöffnete Geschenk im Leben des Christen. Wir haben ein Geschenk. Hat jemand bekommen Geschenke? Alle. Wenn jemand nicht bekommen hat, dann bekommst du von mir. Wirklich. Vielleicht gibt es solche Menschen. Es gibt verschiedene Leben. Es gibt Menschen, die das nicht bekommen haben. Ein Geschenk. Ich beschenke dich. Ehrlich. Vom ganzen Herzen. Also, wir haben Jesus Christus. Und wir bekommen ein Geschenk. Und das ist wirklich ein Geschenk vom Himmel. Vom Himmel ist Jesus gekommen. Wir haben das nicht verdient, mit Jesus zu sein, damit er auch für uns stirbt. Für unser Stinknis wir leben. Das, was wir gemacht haben. Aber Christen haben dieses Geschenk. Dieses Geschenk haben sie da platziert, wo man das sieht. Jesus Christus in ihrem Leben. Aber der Heilige Geist sagt. Aber es gibt sehr wenige, die das ausgepackt haben. Sehr wenige, die da reingeschaut haben. Was er ihm geschenkt hat. Was er ihm gegeben hat. Und ich höre von vielen Menschen. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sag mal, aber hast du das geöffnet? An Jesus, hast du den geöffnet? Hast du an der Kordel gezogen? Oder genießt du nun die Weihnachten und Ostern? Oder steht er nur da und erinnert dich, dass du das Geschenk hast? Viele wollen das gar nicht auspacken. Weil in dem Moment, wo du das auspackst, öffnest. Und da öffnest du solche Geschenke, in Anführungsstrichen. Gott, was ist denn das? Und das ist Jesus Christus in dir. Nicht du hast es ausgesucht, sondern der Gott hat dir das geschenkt. Amen. Gib ihm die Ehre. Was soll ich machen mit meinen Problemen? Öffnest du das Geschenk? Schöne Zeit der Geschenke, oder, Familie? Aber kein normaler Mensch hält die Geschenke nicht verpackt bei dir zu Hause. Was ist das? Ein Geschenk vom Himmel. Du bist doch durch Gnade gerettet, oder durch dein Gebet. Durch deine Wüste Gnade Gottes. Aber, ich möchte, dass ihr normale Christen seid. Das ist meine Funktion, euch dahin führen, dahin zeigen, den richtigen Weg zu zeigen. Wenn du ein ungeöffnetes Geschenk hast bei dir zu Hause, öffne es, stehe in deinem Gebet, in deinem Zimmer. Und sagt, ich öffne dich, Jesus, heute, in meinem Leben. Damit nächstes Jahr, ich nicht einfach so drauf schaue, sondern ich weiß, ich kenne meinen Jesus, weil ich das Geschenk bekommen habe. Und du bist mein Jesus, und ich gehöre dir. Dann bist du automatisch hinzugefügt, dein Geschenk. Wessen Geschenk ist es? Meins. Mein Jesus Christus. Ungeöffnetes Geschenk. Lukas 8, 22. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie. Wir sind verloren. Jesus stand auf und wiss den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Er legte sich der Sturm und es wurde still. Wo bleibt euer Glaube? fragte Jesus an den Jüngern. Sie aber sagten vor voll Furcht und staunen zueinander. Wer ist nun dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Wo ist euer Glauben? Das, was du bekommen hast, zum Gott, von dem Sohn Gottes, der gestorben, auferstanden ist für jeden von uns. Wo ist das? So ist auch unser ganzes Leben. Wenn es kleine Probleme gibt. Gott, Gott, wo bist du? Aber der ist nicht bei dir. Der ist in deinem Zimmer. Jesus sagt, öffne mich. Was haben die Jünger gemacht? Die haben ihn geweckt. Denn Jesus, denkst du mit deinem Schweigen? Machst du was? Erreichst du was? Weck auf, denn Jesus, in deinem Boot. Ich schaue immer wieder. Ich bin überrascht auf diese Menschen, die einfach ertrinken. Die ertrinken einfach. Anstelle stattdessen müssen die ihre Münde aufmachen und sagen, Jesus, hilf mir. Okay, wenn es Menschen sind, die noch nie Jesus gekannt haben, aber es sind Christen, die das nicht machen, die einfach in die Höhle gehen, obwohl die auch wissen, dass es auch Gott für immer ist. Da sind wir Selbstmörder, Familie. Wecke deinen Jesus auf in deinem Boot. Und dein Boot ist das Leben von dir. Sprichst du mit deinem Jesus? Zeigst du ihm seine Probleme? Wenn? Wenn das nicht passiert in deinem Leben, dann fang an damit. Familie, fang an. Fang an dieses Jahr, dass der Jesus in deinem Leben ständig dabei ist. Ich möchte den Fokus setzen auf Jesus, weil Jesus, wir hören viele Predigten, aber Jesus da drauf, und sollen wir uns fokussieren in unserem Leben. Diese Woche habe ich mir mal hingesetzt und habe gesagt, Jesus, Liebste, ich möchte dich 4 Jahre zu sehen, das ist ein großer Statt. Wir dienen schon seit 4 Jahren, aber ich möchte noch mehr nach ihn suchen und ihn finden, weil ich bekomme Lehre. Und man sollte das mit Jesus fühlen. Wenn du das nicht machst, dann kommt was anderes. Es wird irgendwas klauen, diese Lehre wird es klauen für was anderes. Wenn du das nicht fühlst mit Jesus, tut es nicht, sich zu stoppen, sich selber, ich müsste weiter vorwärts gehen. Viele kommen Menschen in die Gemeinden, viele nehmen Wassertaufe, am Wassertaufe teil. Menschen stehen auf, aber die öffnen das Geschenk nicht und bringen das einfach weg. Aber das hilft nicht in dem Leben. Mein Leben hat sich nicht geändert, nichts ändert sich, dann musst du dein Geschenk öffnen. Wenn du das machst, wenn du öffnest an Jesus, dann wird dein Leben nicht alles bleiben. Deine Gedanken werden in andere Richtungen fließen und du wirst dich auf einmal radikal ändern. Du wirst alles hinter sich lassen. Ja, wenn es sogar Abhängigkeiten gibt, aber wenn du es willst, es hinter sich zu lassen, dann kommt die neue Welle der Kraft in dein Leben vom Himmel. Selber wirst du nie darauf kommen, das was du loslassen musst. Hört mich jemand? Ich habe aufgehört zu rauchen. Ja, okay. Und früher wolltest du auch doch aufhören, oder? Oder hast du daran geglaubt, dass man nicht rauchen kann? Ich konnte nicht vorstellen früher, dass ich Silvester ohne Alkohol feiern kann. Ich habe richtig gelacht. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich war nicht Alkoholiker, aber wir haben alle geliebt zu feiern. als der Jesus, als ich den Jesus ausgepackt habe, die Bibel geöffnet habe, in die Gemeinde gegangen bin. Ich habe nach ihm gesucht, nicht nach Menschen, sondern nach ihm. Und ab dem Moment hat sich mein Leben geändert. Da kann man auch richtige rechten Gedanken, Entscheidungen, erst Vergebung und dann die Taten. Nicht blind einfach nach vorne gehen, nein. erst das, was in dich hineinkommt, stärkt sich. Und dann siehst du Ziele, Visionen, dass dieses Jahr 2016 einfach sein, an dem man die Höhepunkte einfach erreicht, erkämpft. Nicht einfach da zu stehen, ja, ich habe diese Höhepunkte gesehen, Herrlichkeit. Nein, dass du das auch erreichst und auch da bleibst. Amen. Wo ist euer Glauben? fragte Jesus. Jesus hat nicht gefragt, wo ist euer Kraft? Versteht jemand? Entschuldigt, also seine Jünger waren stark, oder? Das waren Fische, das waren richtige Männer. Das waren nicht, ich möchte keinen beleidigenden Musiker oder so, aber das waren richtige Männer, richtige Fischer, die auch mal einen auf die Glocke geben konnten, sie konnten Netze Knöpfen und so weiter. Nichtstückereien, richtig große Fische konnten sie damit fangen. Netze, große Fische, das waren richtige Männer. Aber Jesus hat nicht gesagt, wo ist eure Kraft? Warum könnt ihr das Boot nicht ausrichten? Wo ist euer Wissen? Nein, hat er nicht gemacht. Wo ist eure Weisheit? Hat er Jesus gefragt? Nein. Wo ist euer Wissen über Gebete oder Gesetze? Wie alt seid ihr? Dass ihr hier wie Kinder euch aufführt. Also entschuldigt mich, aber ich benutze normale Wörter, die er zum Bauern zu messen leist. moderne Sprache, damit du es besser verstehst. Aber Jesus hat gefragt, wo ist euer Glauben? Und ich frage dich, wo ist dein Glauben? Viele von euch sind im Moment schweben so ein bisschen im Wasser. Man hört auch die Unruhe, sogar wenn du schweigst. Heute bist du gekommen, schön. Heute sind alle schön, immer. Aber trotzdem, diese Unruhe hört man in dir. Man hört und sieht dass du irgendetwas in einer Disbalanz bist. Man sieht das. Und dann frage ich dich, wo ist dein Glauben? Ungeöffnetes Geschenk. Es ist gleichgestellte Attacke aufs Glauben. Glaubst du an Jesus Christus? Ich frage dich, ich frage dich, aber ob du daran glaubst, an Jesus Christus? Nicht dein Pastor, sondern du. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du an Jesus Christus? Nein. Du willst, dass dieser Mensch glaubt, der predigt, der dient, der betet. Und du glaubst an Jesus Christus? Jemand versteht mich, oder? Man hat uns so gelernt, dass wir in die Gemeinde gehen, wo an Jesus Christus glaubt. Aber du glaubst an Jesus Christus. das ist alles normal, okay. Drei Einigkeit, dann ist es eine lebendige Gemeinde. Und bist du lebendige Gemeinde. Glaubst du an Jesus Christus? Damit du einmal das Gebet hörst, das Wort hörst, das dich einfach durchsticht mit der Weisheit, mit Kraft des Himmels, und dass dein Leben sich radikal ändert. Familie, wenn ihr denkt, dass wir auf Jesus warten und einander die Probleme zuschieben, dann lasst uns nächstes Jahr alles ausschmeißen aus dem Haus Gottes und dahin gehen, wo wir noch nicht waren. Amen. Und alles, was wir gemacht haben, haben wir unser ganzes Leben am Haus kreisen. Eines wurde weitergegeben. Eines kranker wurde weitergegeben. Nein, verschwindet Sünde, verschwindet Kompromisse. Willkommen in der Kirche Gottes von Jesus Christus, lebendige Gemeinde. Man sieht, man sieht auf einem Hauskreis, anderen Hauskreis, und dann kommt eine Krankheit zu anderem Hauskreis. Einer ist gesund, da steht schon der Nächste mit dem Stock. Glaubst du an Jesus Christus? Oder wirst du dieses weitergeben, die Krankheit, diese Sünde weitergeben? Nein. Willst du es, das zu stoppen auf dir? Das ist sehr stark. Bist du bereit, diese Abhängigkeit, die du spürst, in dir, einfach ein für immer mal und für immer zu stoppen und mit der Wurzel rausreißen, dass es nicht weitergeht? Sünde, die Abhängigkeit. Wenn du diese Offenbarung hörst, dann hör zu, dann wirst du nie stehen bleiben im Dienste für Jesus Christus. Wenn du siehst, in die Probleme, wer sieht in sich Probleme? Oder bist du bereit, dieses Problem einfach mit Wurzel rauszureißen, einmal für immer, damit die kein mehr erreicht, nicht deine Enkel, nicht deine Brüder, Schwester, nicht deine Kinder, damit du über dieses Problem so gar nicht mehr spricht, gar nicht mehr spricht. Nichts bleibt nicht breit. Und wir gehen in ein neues Jahr. Wer möchte Bonbons? Zwei Euro, eins. Jetzt sind alle Geschäfte geschlossen. Oder in der Tankstelle oder bei mir. früher konnte ich alles verkaufen. Jetzt kann ich nicht mehr verboten. Aber ich glaube, die Menschen, die das machen werden, nicht alles natürlich, aber alles, was du dafür bekommst, das ist eine Gemeinde. Wir haben eine sehr reiche Gemeinde. Geht zwölf da gibt es alles für zwölf Euro. Wenn du das nicht gewusst hast, dann lass ich eine Liste eintragen. Und jedes Silvester hat KW zu Hause für zwölf Euro. Dann schaut man, ja, die leben kann immer so schlecht, alles für zwölf Euro. lasst doch nacheinander die Dosen zu öffnen. Gibt es heute auch KW? Ja, die Schnauze voll. Aber heute gibt es auch KW. Jemand teilt aus und teilt mit anderen. Deutschland ist sehr arm, wenn man uns jetzt zuschaut. Sehr arm. Aber was Opfergaben angeht, Spenden, ist Deutschland auf dem letzten Platz über Spenden, Opfergabe. Stellt euch vor, ja, europäische Länder, die die eigentlich sehr gut dastehen, die stehen nicht auf letzten Platz, was Opfergaben angeht. Nonsens. Aber in Russland-Ukraine, wo Menschen geben das Letzte, damit man ein neues Leben bekommt. Aber wir Liebsten sind überfressen. Wisst ihr, das ist ein Fazit. Ich verstehe gar nicht, warum, aber es ist so. Ich weiß gar nicht, warum ich spreche, wie wir sprechen über das Einflutige. Leider ist es so. Ungeöffnetes Geschenk. Es ist gleichgestellte Attacke auf dein Glauben. Wer hat dein Glauben attackiert, wer hat dir gesagt, öffnen das Geschenk nicht, öffnen deinen Jesus nicht. Wer hat dir gesagt, folge dem Jesus nicht. Wer hat dir gesagt, sich nicht zu fokussieren auf Jesus. Wer hat dir gesagt, schau auf Menschen und nicht auf Jesus. Wer hat dich attackiert, dein Glauben? Nein, nicht im Namen von Jesus Christus. Das kann die Kanne nehmen, aber die Attacke auf deinen Glauben wird immer geben. Und ob du auch willst oder nicht, man will dich testen, prüfen, die Attacke gibt es dann. Das ist ein Verständnis, was mich sehr berührt hat, weil manchmal schaust du und weißt nicht, was passiert ist im Dienste mit Menschen, die Glauben, aber ich habe verstanden, aber die sind attackiert, ich habe das verstanden. Attacke auf den Glauben von Menschen und die bleiben einfach stehen. Und dann bist du ruhig. Viele bereuen sogar das, dass sie in ihren Gebeten gesagt haben, ich möchte eine neue Ebene geben. Gibt es solche Menschen hier? Und auf einmal kommt so eine Ebene, die möchten gar nicht mehr leben. zwei Wochen her ist es, wo ich darum gebetet habe, dann denke ich, ja, ich bin unnormal. Und du sagst, du bist normal. Weil ich in dem Moment, wo ich das gesagt habe, hat jemand mich attackiert, mein Glauben. Frag dann, frag, dann bekommt er das auch. Frag nach der neuen Ebene. Manchmal wirst du auch, dass du dich selber nicht sehen in dieser Ebene, in dieser Saison, in diesem neuen Jahr, weil da wird einfach aus dir alles ausgewischt, was in dir ist, also Gutes und Schlechtes. Und die Menschen werden das sehen, wie schön du bist, in Anführungsstrichen. Und du warst normaler Christ, und ab einem bist du unnormal. Das ist eine neue Ebene. Und jeder von uns wird das einfach durchschreiten. Hab keine Angst, geh. In den neuen Anfang. Geh in diese Ebene. Ich möchte, dass wir alle zusammen predigen. Das ist sehr wichtig für diese Atmosphäre. Glaubst du an Jesus Christus? Familie. Wenn ja, dann hebt die Hand. Dann hebt die Hand. Weißt du, warum das passiert? Weil es gibt Menschen, die in die Gemeinde kommen, und die denken. Nicht alle glauben, man muss es schauen, zuschauen, ein bisschen skeptisch sein. Aber glaubst du an Jesus Christus? Sag mir. Glaubst du, dass Jesus dir sehr gerade wieder geschenkt hat? Alles, was passiert in diesem Saal, da wird Gott einfach diese Attacke zerstören auf dein Glauben. Ich bin nicht einfach der Prediger. dir ein gutes Neues wünscht. Aber glaubst du an Jesus Christus, den Menschen erweckt? Glaubst du an Jesus Christus, der die Tochter, das Mädchen, zum Leben erweckt hat? Glaubst du an Jesus Christus, der geprägtigt hat in Synagogen und gesprochen hat darüber, über himmlischen Reich. Familie, du glaubst nicht daran, weil du bist attackiert. Weil, wenn der Name Jesus Christus einfach explodiert, dann muss auch in dir alles explodieren. Glaubst du an Jesus Christus, der die Frau geheilt hat, die zwölf Jahre krank waren? Glaubst du an Jesus Christus, der Sturm einfach still legt? Glaubst du an Jesus Christus, der einfach durch die Wände gegangen ist? Glaubst du an Jesus Christus, der normal, ganz ruhig übers Wasser gegangen ist? Glaubst du an Jesus Christus, der in die Höhle gegangen ist? und hat allem bewiesen, dass er König der König ist? Glaubst du an Jesus Christus, der einfach in den Tempel gegangen ist und Ordnung geschaffen hat? Und kein Mann konnte ihn stoppen. Glaubst du an Jesus Christus, der dich sehr liebt, sogar dann, wenn du einfach von ihm sich spruchlischst, losprichst? Glaubst du an Jesus Christus, der dein ganzes Leben wieder herrschte? Familie, ich möchte das ich möchte bieten und beten dafür, dass dein Leben einfach wieder wiederhergestellt ist. Nach diesem Predigt werde ich dafür beten und ich bitte euch, einfach nach vorne zu kommen. Nicht für deine Gesundheit. Deine Gesundheit wird besser und schlechter. Das ist ein Prozent. Es wird immer was wir tun, aber dein Leben. Jesus will dich komplett wiederherstellen in deinem Glauben. Er möchte dir die Attacken nehmen, den Angriff nehmen. Du bist da angegriffen, wo dein Glauben ist, an deinem Glauben. du glaubst nicht, deswegen wirst du nicht geheilt. Du glaubst nicht, dann hast du das auch nicht. Du glaubst nicht, deswegen sitzt du dein ganzes Leben in der Gemeinde und bekommst auch nichts. Aber du siehst, dass jemand gekommen ist, hat bekommen, befreit wird und dann ist er gefahren nach Hause mit voller Freiheit. Gib ihm die Ehre, preis den Herrn. Letzte Woche, ich spreche nicht einfach so, letzte Woche ist eine junge Frau gekommen, hatte sehr viele Probleme, innerliche und äußerliche und ist in Freiheit gefahren, nach Hause. Und ich habe gefragt, warum ist es so, Heiliger Geist, warum Menschen einfach jahrelang in die Gemeinde, Hauskreise gehen und das Leben ändert sich nicht. Aber er sagt, sie haben sich nicht, sie haben mich nicht geöffnet. und dann denkst du, ja, morgen komme ich, ich werde morgen beten, morgen werde ich die Gemeinde erreichen, morgen werde ich bitten, dass ich einfach geheilt werde, aber morgen gibt es nicht. Morgen entscheide mich dann, Jesus zu folgen. Morgen, wenn morgen, dann bist du angegriffen und wisst ihr, diese Frau, diese junge Frau hat uns gedient in dem Moment aus Saudi-Arabien. Ich möchte einfach dich begrüßen. Wir sind mit dir. Gib ihm die Ehre. Bereist den Herrn. Er hat uns zu uns gesprochen, der Jesus hat gesprochen, dass die Menschen aus überall kommen werden. Und so ist es auch. Wisst ihr, ich habe gedacht, dass ich ihr diene, aber sie hat mir gedient in dem Moment und mich geheilt. Wisst ihr, und ich bin explodiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das auch. Ich will das auch. Aus einem Gebiet alles bekommen, dass ich ruhig bin, dass ich befreit werde, dass ich die Heilung bekomme. Wisst ihr das auch? Dann öffne dein Geschenk. Nicht ein Konzert. Weihnachtskonzert. Ein Lied. Ja, ist alles gut. Aber warum? Ach so, dass du dein Geschenk einfach noch verpackt hast. Der ist sogar mit Staub bedeckt mittlerweile. Siehst am Seil, aber sie sind einfach verfault. Alles, was du machen musst, du musst einfach geistige Schwerte oder Schere nehmen und einfach dein Geschenk öffnen und sagen, Jesus, ich möchte dich auspacken. Viele haben das, wisst ihr, Bibel, die steht auf dem Regal und die wird nie geöffnet. Stellt euch vor, ich bin Gläubiger. Und dann fragen die bei uns vor kurzem, was habt ihr für eine Quelle? Womit fühlt ihr euch? Was für Quelle habt ihr denn? Werden wir oft gefragt. Wie, fragen wir, was für eine Quelle? Quelle. Womit wir uns fühlen. Also kein Lidl, kein Aldi. Kein Real, sondern Bibel. Das ist die wichtigste Quelle, mit der man sich fühlen soll. Mach den Staub weg. Wisch mir den Staub weg. und du verstehst den Text mittlerweile gar nicht mehr, weil das die alte Übersetzung ist. Du kapierst das gar nicht in dein frischer, moderner Verstand, dein Gehirn, weil viele diese Visionen jetzt zwölf einfach abstoßen. Nein, das ist eine moderne Übersetzung. Ich lese das, weil ich das verstehe mit modernen Worten. Diese Übersetzung, alte Übersetzung, verstehe ich gar nicht. Lies mal die Bibel auf Chinesisch, dann schaue ich mal auf dich. Ach so, in russischen Buchstaben, wenn das geschrieben wird, natürlich. Wenn es so etwas gibt überhaupt. Das wäre ein Know-how. Bibel auf Chinesisch, mit russischen Buchstaben, kirillischen. Wenn das jemand, damit die Hilfe dienen möchte, dann wird das definitiv klappen. Eine gute Idee für ein Geschäft. Chinesische Bibel mit russischen Buchstaben, mit russischen Buchstaben. Da wirst du in der ganzen Welt bekannt, wenn du sowas machst. Deswegen hat uns Gott verboten, Geschäfte zu führen, zu viele Gedanken, zu viele Ideen. Also ich möchte dich bieten, öffne die Bibel, öffne dein Geschenk, was dir Gott gegeben hat. Öffne das Wort. Nicht einfach lesen, denk nach, überlege. Die Bibel sagt, überlege, bekomme dir Offenbarungen. Nicht ein Pastor soll dir Offenbarungen bringen und auch zerlegen, laut der Bibel, sondern du musst es zerlegen. Du musst überlegen. Das Wort Gottes, danach musst du überlegen. So wie du das siehst, wenn du nicht verstehst, dann musst du nochmal lesen. Wieder nicht verstanden, nochmal lesen. Es sieht so aus, als ob du das erste Mal da seist. Ja, okay, das ist das erste Mal, wie immer, jeden Tag. Das erste Mal. Ich habe das nicht, ich verstehe den Vers nicht. Höre ich oft. Dann lese das nochmal durch und nochmal und nochmal. Weil jedes Wort ist dafür gegeben für jeden von uns. Die Predigt, was du hörst, das ist so ein Fazit. Und hat schon bereits darüber gesprochen, vielleicht jemand. Es gibt so etwas nicht, dass das Thema einfach freigesprochen wird und einfach vom Himmel läuft. Nein, das ist das, was in deiner Woche schon passiert ist, in deinem Leben, dass dein Weg nicht einfach ist und sehr eng ist. Alles ist okay. Glaubst du denn an Jesus, der 5000 Menschen ernährt hat? Warum glaubst du nicht, dass er dich ernähren kann, für dich sorgen kann, deine Schulden begleichen kann? Ich glaube, ja. Wenn du das annimmst in einem Gebiet, dann bist du davon befreit, mit einem Wort. Warum glaubst du in diese Elemente, deine Schuldenprobleme? Warum glaubst du nicht daran, dass Jesus dich ernähren kann, wenn du nichts mehr haben wirst? Leere Kühlschränke. So etwas gibt es auch, ja. Sogar in Deutschland gibt es leere Kühlschränke. Und dann wirst du deine Hauser öffnen, dann wirst du Lebensmittel sehen, vor der Tür stehen. Wir hatten so etwas, wo du einfach gehst und gehst den Menschen und sagst, ich weiß nicht, wo mir sich meine Familie ernähren soll, weil ich das letzte Geld aus dem Haus bringe und die Menschen zum Encounter zu bringen. Und dann ruft mich meine Frau und sagt, wir haben ein Hähnchen bekommen. Halleluja. Ich möchte kein Mitleid erregen, dass wir Geld brauchen. Wir brauchen nichts. Ja, wir brauchen, aber der Mensch braucht immer irgendwas. Öffne dein Geschenk. Öffne. Öffne dein Geschenk. Und glaub. Du hast geglaubt, du glaubst? Nein, du hast nicht geglaubt. Du hast geglaubt, dass jemand glaubt hat, aber selber du nicht. Du hast das nicht getan. Nein, nein, kein Amen. Ich glaube. Warum bist du denn so unglücklich? Warum muss man dich immer ermutigen? Im nächsten Jahr werden wir nicht mehr mit heiligem Wasser und Salböl ermutigen. Ich glaube, dass Jesus was anderes gibt. Andere Mittel, das einmal und es klappt. Dass man dich ermutigt und einfach für das ganze Jahr wirkt. Mit Salböl, das ist kein Mittel zum Ermutigen, sondern um dich zu beschützen, aber nicht von Mücken. Das ist ein Schutzmittel, aber nicht von Mücken. Wir lachen, aber es ist genauso in unserem Leben. Wir glauben, glauben gleichzeitig nicht. Der Teufel hat verstanden, dass Jesus' Namen kann man nicht öffnen, kann man nicht abbringen oder wegschmeißen, zuschweißen. Der Jesus ist da und wir haben davon gehört. Und alles, was er macht, der Teufel, er attackiert die Gemeinde, Kirche. Die Glaube ist attackiert, wird angegriffen. Und daher sind wir, wenn wir uns unterhalten, uns gegenseitig beruhigen, aber wir glauben nicht. Weißt du aber, wenn du denkst, dass ich gar nicht den Glauben, wenn mein Leben zerstört ist und ich habe einen Haufen Probleme, aber glaub daran, dass diese Probleme bald nicht mehr geben wird, lebe so, dass du diese Probleme gar nicht hast. Amen. lebe so, als ob es die Probleme gar nicht gibt. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, auf diese Probleme, die sind in deiner Umgebung, dann bist du daran sogar verliebt in diese Probleme. Aber lebe so, als ob die gar nicht gäbe. Dann wirst du ruhig sein, ruhig schlafen und das machen, was der Jesus Christus dir sagt. Weil dieses Problem stört, dieses Problem stört und dieses und dieses aber lebe so, als ob es keine Probleme gibt. Ja, es gibt. Ja, ich erkenne dich an, aber du wirst mich nicht stoppen, ich werde weitergehen. Wenn du willst, kannst du mitgehen, aber da, wo du hingehst, da wirst du gar nicht mitkommen, weil da es den Tod gibt. Dekapituliert. Lass dir einfach, dass dieses Problem in die neue Ebene kommt, neue Saison, Geistige. Wenn du das machst, dann auf einmal siehst du, dass diese Probleme, was dich einfach zurückgehalten hat, auf einmal zurückgehalten hat. Schau mal, wenn du schon seit fünf Jahren im Glauben bist, dieses Problem, das du damals hattest, hast du heute gar nicht mehr. Und dann sagst du, dass nichts passiert in deinem Leben, dass Jesus nichts gemacht hat. Doch, nur du, wirst du dich, wirst du deinem Kopf sich nicht ändern. Lade ein, die Probleme ins neue Jahr. Entweder jetzt, lasst ihr mich los, oder wir gehen ins neue. Oder fahren zum Encounter, werden uns ein bisschen in die Sauna. Unser Team für die Sauna geht gut, sehr gut. Gott sei Dank für das Team, für dieses Team. Es gibt Rehre. Für viele von euch haben wir schon gedient. Und wir haben euch reanimiert. Das ist ein Dankeschön für das G12, die Vision, aber ich danke auch für die Menschen, die Menschen, die geöffnet sind und die neben uns stehen. Wird ein Teil von dem Team. Wird ein Teil von Christi. Du bist doch nicht besser als der Jesus, oder? Cooler. Ja klar, der Jesus hat gesagt, wir werden mehr machen, aber versuch es. Und wisst ihr, was der Gott gemacht hat, wo wir gesagt haben, glaubst du, glaubst du, glaubst du? Der hat uns einfach umgedreht, wo ich einfach das weigesprochen habe. so bestimmte Taten, die er getan hat. Du hast nicht glaubt. Hast du selbst gestoppt, oder hast du automatisch einfach immer Ja und Ja geschrien? Glaub daran, dass, was der Jesus getan hat, lass uns einfach daran glauben, richtig glauben, echt glauben. Einfach annehmen, ohne Logik. Wie ist es denn so? Jesus hat gespuckt und dann hat den Blinden auf einmal gesehen. Ganz einfach. Siehst du, wie man das glaubt? Sag dir selber, Jesus hat mir gespuckt, hat Augen gerieben und dann hat der Blinde gesehen auf einmal. Und dann sagst du, Ja, ich glaube. Nicht, du denkst ihm gleich nach, wie er das macht, wie du spuckst, wohin er gespuckt hat, was für Erde es da gab, wie er gerieben hat. Nein, er hat gespuckt, gerieben und dann hat der Blinde gesehen. Das war's. Nur das. Nur das. Das ist die ganze Tat, was er gemacht hat. Wie passiert das? Wie hat das? Jesus hat auf dem Encounter wir entstehen auf dem Encounter goldenen Zähne bei Menschen. Glaub einfach dran. Im Moment fühlen sich manche unangenehm. Aber Heiliger Geist macht das manchmal. Er wechselt die Plomben ins Goldene. Ich weiß nicht warum. Wie fallen Menschen um? Ja, die fallen einfach um. Glaub einfach. Wie kann man glauben? Such das Wort Gottes. Da steht alles drin. Wie sagt er Jesus? Die armen Leute werden gleich reich. Glaub daran, dass du ausgesorgt hast in allen Bereichen. Und heute, auf dem heutigen Tag bist du schon. Weißt du, warum du arm bist? weil deine Versorgung vom Gott du dich einfach nicht annimmst. Du hast dich selber arm gemacht. Ich bin dir ehre, reicher Mensch. Ich habe gar nichts. Ich bin arm. Nein, aber du hast alles. Du hast alles, wo Gott dich sieht. Von manchen Sachen hast du dich freigesprochen und wirst dich gar nicht annehmen. Aber das, was dir Gott gegeben hat, wie zum Beispiel die Mutter, wenn ich den füttern muss, wenn die Mutter ihn einfach füttern muss, dann gibst ihm das Essen. Keinen Bonbons, sondern wirklich das, was er essen muss. Und der Gott hat dir alles gegeben auf dem heutigen Tag. Und damit du reich bist, musst du verstehen, dass du am heutigen Tag einfach genug hast. Du hast alles, damit du leben kannst, atmen kannst, leben kannst, in Geschäft gehen kannst. Du hast alles. Das ist diese Gotteswahrheit, die auf uns befreit und aus der Armut einfach herausführt. Es gibt verschiedene reichen, und da geht man heute nicht hin, weil die Fantasie des Menschen arbeitet so stark. Alles, was der Heilige Geist macht, der dreht und der Tachum, wir sind auch Geschenke. Wir sind auch Geschenke und wir müssen auch ausgepackt werden. Lass uns selber auspacken, damit wir keine Geschenke sind für jemanden. Damit wir keine Überraschung werden als Geschenk für jemanden. Vieles passiert auch in der Familie. Mann, Frau, umgearbeitet und dann sind solche Geschenke füreinander. Überraschungen in der Überraschung in jedem Bereich gibt es wirklich Geschenke, ein Spielzeug. In Anführungsstrichen solche Überraschungen. Mein Gott, ist das so, Familie? Öffne dich selber, öffne dich selber und schau mal, wenn man das von dir nimmt, ob du Freude schenken kannst, ob du lächeln kannst. Stellt euch vor. Kannst du die Schönheit weiterschenken, wenn man dich einfach mit dir eine Glatze macht? Es gibt hübsche Menschen mit glatzen Männer. Wie kannst du Schönheit weiterschenken? Denkst du, dass wir Schönheit mit unserem äußeren Aussehen weiterschenken? Die Schönheit schenken wir aus unserem inneren Zustand. Schaut mal, anders, mit anderen Augen aufeinander. Lass uns einfach öffnen und lass uns sehen, was wir einfach den anderen Menschen schenken und bringen. Was wir für Worte einfach nutzen, was aus unserem Mund einfach fließt, was für Gebete fließen, was ist in dir, in deinem Herzen, was für Schimpfworte es noch gibt, in Gedanken sogar noch. Lass uns ehrlich sein, manchmal ist es wirklich so. Manchmal hast du sowas in deinem Kopf, dann ist doch so, oder? So kämpfen mit Gedanken. Das ist schon für mehr erwachsene Christen. wie manchmal einfach Parasiten in unseren Gedanken, sogar in Gebieten, stehst du im Gebiet und dann fängst du diese Gedanken, die spinnen und dann kaufen. Was ist passiert, wenn wir ausgepackt werden, wer ist in uns, wer wir sind? Lass diese Fragen einfach heute, einfach öffnen, noch dieses Jahr, wenn du es nicht siehst, wer was in dir ist, was für welche Bereiche du ändern musst und bessern wirst, dann wirst du genauso bleiben, nächstes Jahr auch so. Dann wirst du auch nächstes Jahr wieder KWR kaufen, neuen Kalender kaufen und passiert auch nichts und Feiertag ist geschehen, aber nein. Denk bloß nicht daran, dass wir hier KWR verkaufen. Ich habe die Frage selber gestellt. Diese Frage habe ich mir selber gestellt, diese Woche. Ich saß, habe überlegt, ich predige, ich diene Leuten und ich habe selber mir die Frage gestellt, wo ist Gott in mir, wenn ich möchte, dass die Schicksale ändern. Und diese Frage kann man sich nur ehrliche Leute stellen, unehrliche, die werden diese Frage nicht stellen. Wo ist Gott in mir? Ich habe danach gesucht, nach ihm gesucht. Dann kamen auch nächste Fragen, ist es wirklich so, dass ich für ihn lebe, oder? Ist es wirklich so, dass ich für ihn lebe? Es ist wirklich so, dass ich das mache, was er mir sagt, oder? Ist wirklich mein Leben kompromisslos? Oder ich rufe nach Rechtsanwalt in mir und spreche über meine Taten? Es ist wirklich so, dass ich mich entschieden habe, mich zu ändern und die Erbe Gottes anzunehmen, oder bin ich einfach gekommen, meine Probleme zu lösen? Es ist wirklich so, dass ich den morgigen Tag vor dem keine Angst habe, aber wenn du diese Fragen dir nicht gestellt hast, selber, dann mach es bitte, dann bist du ehrlich, wenn du ehrlich diese Fragen beantwortest, dann wirst du sehen, wer du bist in dir, wenn du in den Spiegel schaust, nachdem du dich ordentlich gebracht hast, Ordnung gebracht hast, Zähne putzen, rasieren und so weiter, ob du dich erkennst, nachdem du diese Fragen gestellt hast, ob du den Christen, den echten Christen siehst, wenn du diese Fragen beantwortest für dich selbst. Ich dachte, das wäre eine festliche Predigt, aber irgendwie, ist es wirklich, dass ich in seine Gegenwart komme, um mit ihm zu sein, oder? Es ist wirklich so. In diesen Fragen gibt es Unmengen. Lass dir diese Fragen einfach selber stellen, du dir selber. Mach das am Silvester, zum Beispiel. Stelle dir Fragen. Nur dir selber kannst du helfen. Keiner. Du selber. Aber solange du das nicht auspackst, dieser Dienst ist eigentlich dafür da, als Zusatz, diese Kraft. Wir versammeln uns hier in Einigkeit mit Jesus Christus. Deswegen bitte ich euch, stellt euch diese Schlussfragen in eurem Glauben. Diese Schlussfragen und gibt auch ehrliche Antworten euch selber, dass diese Antworten keiner hört, aber für dich selber. Stell dir Fragen und beantwortet die auch ehrlich. Und als ich mir die Fragen gestellt habe, bin ich zu Lenden gekommen und da habe ich gesagt, ich möchte für Jesus suchen. Ich habe diese Fragen gestellt, mir selber. Und wisst ihr, manche Antworten haben mich nicht befriedigt, weil manchmal, wenn du dienst, dienst du nicht für Jesus, sondern wirklich mehr für Menschen. Und das bekommen viele Diener. Wenn man die Gemeinde besucht, ist es nicht so, dass man das für sich macht, sondern für andere. Aber mach es für dich. Nächsten Dienst. Geh in die Gemeinde für dich, nicht für jemanden, sondern für dich selber. Ich gehe in die Kirche, weil es Probleme gibt in meiner Familie, Probleme in dir. Es gibt in dir, wenn du es löst in dir, die Probleme, dann wird es sich auch in deiner Familie lösen. Und alle sagen Amen. Du schaust Predigten für jemanden. Du liest Bibel für jemanden. Liedst es mal für dich, gehen in die Gemeinde, für dich, nicht für jemand anderen. Ich gehe, weil ich muss den und den retten. Du musst aber dich retten. Das war's. Und dann ein Gebet wird alles ändern, dein ganzes Leben. Und so kommst du ins Gebet, wenn man dich für dich betet. Und dann kommst du nicht dahin, nicht du, sondern das Problem für andere Menschen. Aber Gott sagt Nein. Ich brauche dich selber. Ich kann nicht über dich die Probleme anderer lösen. Ich möchte deine Probleme lösen. Stellt euch vor. Wir suchen große Gemeinden. Suchst aber auch den Platz, wo du tatsächlich sein musst. Du suchst bekannte Gemeinden. Wir schreiben auf Twitter, Instagram mehr Kommentare zu den Menschen, die man kennt. aber die Menschen, die neben dir sind. Machst du das für dich? Die neben dir stehen. Wie im Puzzle. Die Schicksale der Menschen, die dich umgeben, die sind interessant. Oder suchst du immer nach bekannten, christlichen Klicken, große Gemeinden, lauter Gemeinden. Oder suchst du die in deinem Platz, wo es dir unangenehm ist zu sein, aber du möchtest darin sein. Suchst du danach. Wenn die Gemeinde einfach in den Kampf geht, oft du es mitziehst und alle nicht, wollen, oder viele nicht, wollen nicht dabei sein bei dem Kampf der ganzen Gemeinde, weil es Disparanz bringt und komfortabel ist. Aber bist du bereit dafür, alles bis zum Ende zu bringen, auf diesem Ort, wo du bist, dass dieser Platz einfach mit dir eingenommen ist, nicht durch jemanden anderen, durch dich, ob du bereit bist, bis zum Schluss zu bleiben. Da, wo dich Gott hingeführt hat, natürlich, natürlich, den Christen, der hat auf mich gepustet, oder irgendwas gesagt in meine Richtung. Und auf einmal siehst du die Menschen gar nicht mehr. Wir sind die Gemeinden, wo ihr einfach Gottes Wahrheit komfortabel ist, dass sie einfach fließt, dass sie Freude schenkt und alles andere. Also, bist du bereit, das Geschenk anzunehmen? Was ist denn da los? Ihr seht keine Arme, habt euch freigesprochen, glaubst du an Jesus Christus? Wer glaubt an Jesus Christus? Hätt die Hand. Gott sei Dank. Am 31. müssen wir noch mal anrufen alle und fragen, ob alle noch dabei sind. Unsere Schafe muss man beobachten. Bist du bereit, das Geschenk anzunehmen, oder möchtest du es ungeöffnet lassen, weil es dir komfortabel ist? Aber wenn du bereit bist, dann öffne dein Geschenk. Finde denn Jesus in deinem Leben, in deinem Haus. Suche nach Jesus überall, überall. Egal wo du bist, in Problemen, finde den Jesus. Laut Statistik, in Gefängnissen nehmen mehr Menschen an Jesus als hier draußen in der Welt. Stellt euch vor, die finden sogar hier in den vier Wänden den Jesus, den Gott. Und du kannst den Gott in deiner Wohnung nicht finden. Ganz normalen Wohnungen. In freien, hellen Wohnungen. Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott da. vielleicht musst du ins Gefängnis. Ich als ehemaliger Jurist, kann ich das dir erklären, wie man das macht. Ich kann dich selber dahin bringen. Nein, ich mache Scherze. Nein, du musst es nicht ins Gefängnis. Wir sind schon da bereits gewesen. Das Gefängnis war diese Wälder draußen, die uns nicht gibt. Was ist denn das für eine Gemeinde? Das sagen viele. Hat mich jemand sagen, dass hier in diesem Stadtteil sprechen, schlecht über Pastor. Aber wenn das jemand braucht, so wie wir das machen, willst du derjenige sein, über den man auch spricht, so schlechte Sachen, oder du musst dich einfach verstecken. Sag, aber weißt du, wenn man über mich so spricht, dann wird es automatisch auch über dich so, weil du bist auch Teilnehmer von dem Ganzen hier. Du bist Teilnehmer auf dem Ganzen und glaubst nicht, dass du rausgegangen bist und keiner hat dich gesehen. Schnell ins Auto und weg. Und Pastor ist hier bis zum Abend. Nein, du bist genauso dabei. Alle, wir alle, wir sind doch einig hier, oder? Wenn über mich man so spricht, dann spricht man auch über anderen. Wenn man über dich spricht, dann spricht man über mich gleichzeitig. Und das ist Prinzip in der Familie. Und lass uns diese Familie beschützen. Wir sind Familie Gottes. und wer Gott mit uns ist, wir können gegen uns sein. Lass sie doch kommen. Lass sie doch kommen. Gegen Israel kamen sehr große Länder, gegen Armeien und konnten nichts machen, nichts anstellen. Gott hat alles gemacht, selber. Er hat Laute dargestellt und sind einfach gelaufen, die großen Armeien. Damals. 2. Timotheus 4 4 6-8 Wir werden noch beten, Bruder und Schwester. 2. Timotheus 4 6-8 Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Tram Kropfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Stellt euch vor, was der Paulus von Timotheus sagt. Ich habe gekämpft und das Glauben behalten. Er hat nicht gesagt, ich habe ganz Traditionen ausgeführt. Ich habe so viele Gemeinden besucht. Ich war auf solchen Konferenzen. Denkst du, dass du das deinen Kindern erzählen bist, wo du überall warst? Die sind schon längst in anderen Leben. Da werden auch andere Gottesgenerele sein. Ob du das Glauben behalten hast, wenn du von deinem Weg abkommst und deinem Leben abkommst und du einfach denkst, das war's. Dieser Teil wird kommen. Ich spreche nicht für die Natur, sondern wirklich für das gesunde Leben. 8. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jenem großen Tag geben wird. und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Nicht auf schöne Kleidung und solche Sachen. Liebe ist dich, wenn du dieses Glauben einfach beschützt. Glauben an die Liebe, weil Gott ist Liebe. Wir sind nicht die Liebe, Familie. Wir sind nicht die Liebe. Lasst uns einfach das Glauben an Liebe schützen und behalten. Und dann wird es auch Liebe geben, dass wir es einfach nochmal behalten, festhalten dran. Und glaubt daran, dass Gott es Liebe ist. Dann wird auch Liebe kommen. Ich möchte euch einfach bieten, tut die Schritte, eure Schritte des Glaubens in diese Ortschaften, wo du noch nicht warst. Lina Loran möchte euch nach vorne bitten. Kannst du dich einfach behalten, dein Glauben in dem neuen Anfang. Oder möchtest du da bleiben, wo du warst? Glaubst du und kannst du das daran glauben, was unsichtbar ist, dass du an deine Heilung glauben kannst, wenn du bereits schon müde bist, wenn du schon müde von deinem Leben bist, die Atmosphäre, die bei dir zu Hause ist, dass du daran glaubst, glaubst du daran.